und damit wieder eine recht herzliches willkommen hier zurück zu koros schön dass er wieder eingeschaltet habt das freut mich sehr wir sind im letzten part stehen geblieben in der eishölle in die wir jetzt eintauchen werden schauen wir mal was uns da erwartet sieht auf jeden fall sehr nice hier aus ok da geht es nicht lang es 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 Hier, in harmony with Moe, you will surpass all Elders. Surpass all Elders? But only he. Perhaps he recognized your potential. There's more beyond my rights. Great Prophet, that is true power. Yes, it is. And our path to chorus. It's only the start. Mastering the rights alone isn't enough to attain chorus. The Prophet found the path beyond them. But how? The gate. It's leading us deeper into the darkness. I feel the taint of this place too. There's probably not enough to go there. Hm. Destroying Nimaka. Destroying my peace. Would it be? Oh, okay. It does not work. Oh, man. I feel the taint of this place too. Okay, that's what we have just looked at. Peace. A worthy goal. Destroying Nimaka. Didn't bring peace. Let the Song of the Void guide you. But it's so unstable. The wisdom inside you will fill it. The Void's Song. The Prophet sought to attune himself to it. In chorus. He found a way. My path opens. I remember the right passage at its end. My key to venturing deeper. What for a key? Huh? Huh? I'm going here. Okay. Okay. This one? Yeah. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Khorus! 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 Oh, okay. Ja. Okay, links, rechts. Huuu, wir nehmen erst mal links. Muss ich abschießen? Ja, dann muss ich abschießen. Alter, ok. Oh man. Jetzt sind wir hier in meinem Kreis geflogen. Autsch, Autsch, Autsch. Da lang, da lang. Da lang, da lang, da lang, da lang. Jus, Autsch. Dormant Fills. Oups. Oups. Was gibt es da noch? Ich will erst gucken was es hier noch gibt. Ja da komm ich nicht durch. Das shit. Flieg wieder. wie der beste Pilot der Welt jetzt? wir kommen in dem Schlund oh was? wieder zurück? äh, nee hä? wir sind hier tiefer ja, es flinkert überall oh, was war das denn? alter ja okay, hier gehts auch noch lang Kredits für mich Kredits für mich da ist da noch was da ist da noch was hm hab mich so ein bisschen verflogen keine Ahnung mehr wo ich jetzt bin ja, okay, jetzt bin ich irgendwie zurückgeflogen was haben wir schon was haben wir schon ja ich glaube ich muss ja wieder zurückfliegen wenn das Ding gleich kommt was ist denn da noch lang oh ich bin so lost gerade ey, shit man alles sehr verwirrend hier ok, dann jetzt hier lang ja, hier lang ich bin drückt wöö 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 بös Jetzt kommt es sofort da oder was hast du abgezucht genommen? Ich glaube das andere item kriege ich nicht mehr. Ich glaube dann bin ich schon vorbei. Ah shit! Was? 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 Was muss ich denn machen? Oh nicht nochmal, komm will keiner sehen. Mach weg den Mist. So jetzt gleich nochmal, hopp, hier lang. Und dann. Schießen? Keine Ahnung, ich komm nicht dran vorbei. Hallo. Oh, okay. Okay, dead. Oh. Oh. Das ist, wo das Ritual passiert. Aber wir sind nicht alleine. Es gibt noch einen, der noch nicht fehlt. Probier uns jetzt, als ein Wälder. Mache unser Zirkel complete. Fertig. Inhalte. Got it. Moment. Awa. Nice. Ah, ah, ah. Oh, oh. Oh, damn. Shoot them up. Still here. Okay. Keep going. Natürlich. 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 Hey, kann es sein, dass der Schwierigkeitsgrad vor dem Game ganz schön angezogen hat? Another Faceless Swarm. Stay clear. No, I can speed through it now. I'm right at the start. Und wie viel Energie brauche ich denn dafür? Vier? Krass. Okay. Okay. Thank you. Another one hit. No! Okay. Was? Was war denn jetzt schon wieder? War doch alles cool. Oh man. Wo 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 wo. Da! Erstes weg! Das ist weiter weg! Okay. Moment, hab ich die Böcke nicht gekriegt? Aber die Böcke, komm. Go, 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 go. Okay. Komm, wir. Shit. Ach, Brügel, Mann. Alter, was schon wieder für ein Kampf, ne? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ei, 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 ei. Oh, oh. Was, was, was ist dein? Oh, Mann. Es gibt's doch nicht. Naja, durchbohren, ich weiß. Da, durchbohren. So, durchbohrt. Next, los, komm, 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 komm. Durchbohren, komm. Warum verliere ich gerade so viel Life? Alter, die Dinger fliegen aber auch so unbequirlig. Okay. Next, los, Swamp, komm. Haben wir. Okay, hab ich. Haben wir. Da ist schon wieder so ein Swarm, ne? Ich kann mich nicht hierhin. Ist nicht gut. Oh, da gab's einen Heal dazu. Nice. Da war ein Swarm. Alter. Alter. Alter, wie rasant. Eieieieieieieieiei. Die Kleinen gehen mir auch mega auf den Keks. Blöden Mienen hier wegmachen. Okay. Wo ist er, wo ist er? Okay. Ist noch der da? Haben wir. Okay. Oh. Anstrengend. Gut. Im nächsten Raum schauen wir uns dann im nächsten Part um. Ich danke euch wieder recht herzlichst fürs Zuschauen. Wünsche euch einen wunderhübschen Tag. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank. Haut da rein.